So, willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Wie immer mit eurem Moderator Just Cheap und Nico. Yo Nico, what's going on? Alright, you know, getting by. Yeah, we need your help with stuff, you know. Will you come to my place on Dylan Street? Sure, I was looking to branch out the bit anyway. I'll see you soon. Yeah, ähm, das machen wir aber beim nächsten Video, die Lil' Jacob Mission. Jetzt machen wir erstmal die Roman Mission. Uncle Flat. Hey, what's wrong? Eh, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No, I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't. You didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nick of a leak. A disloyal user. After what I did for you, you dick. You fucking dick. I'm sorry. Screw you. All right. So you want me to deal with it right now? No. Sit there. No. I'm not going to stand here and have you called me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did it. That was before I knew you cared. You always were a hypocrite. Niko. Niko. Niko, entspann dich doch ein bisschen. Niko, entspann dich ein bisschen. Aber du hast natürlich recht, was du jetzt vorhast, das musste schon lange mal passieren. Deswegen, äh, statten wir jetzt mal vielleicht einen Besuch ab. Ach so, ihr habt ne offene Beziehung, okay. Hier. Let the big boys have their conversation inside. No. Give me the ring. Anyway. I'm sorry. I'm talking about the potatoes. Why would you eat the potatoes if it's on the potatoes? Hey. Bloody boy. I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Why? I told you to stay away from Mallory. Go away. And now Roman is upset. Oh, Roman ist schuldig. Entschuldigung. Du denkst, ich schuldig, Bezant? Oh, da ist er. Hey, Vater, ich bin so schuldig. Du bist so schuldig. Hey, Vlad, können wir nur darüber sprechen? Du gehst weg von Mallory. Ich muss mich hören. Ich könnte mir sagen, für einen Moment, der Ratsch-Litt-Yokel sagte mir, was zu tun. Ha ha ha! Hörst du das? Ja. So, jetzt gibts aufs Maul. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Okay, ihr habt keine Probleme. Na, warte, Vlad. Du Saftsack. Halt, hier ist der Ausgang. Nico, hier ist der Ausgang. Schießt ihm in seine scheiß behinderten Reifen. So, ja, das bringt natürlich nichts. Wir müssen ihn auf jeden Fall verfolgen. In jedem Fall. Egal, wie wir sein Auto demolieren. Demolieren. Ja. Ah, Roman, entspann dich mal. Du bist echt ein kleines Weicher, ey. Also das muss man dir lassen. Jetzt habe ich eh schon zwei Typen einen Headshot in der Bar gegeben. Und jetzt, ja, wie Nico schon sagt, da gibt's kein Zurück mehr. Wir haben da einfach, äh, kennst du die rote Linie? Kennst du die rote Linie? Da sind wir schon lange drüber. Da sind wir schon zehntausendfach Millionen rote Linien drüber. Mann, fuck, ich muss mich ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Das läuft sonst überhaupt nicht. Za. Ja. Ja. Fuck you. I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls up. You've killed yourself and your cousin Yokel. You are dead man. Okay. Mmmh, lecker. Ja, der hat's verdient. Der hat es auf jeden Fall verdient. Ah, du bist ein großer Mann, Vladi. Nico! Nico! Ich glaube, das ist vorbei. Was hat er gemacht? Was sieht es? Wir sind tot. Nein, er tot. Wir sind tot. Er hat erstaunlich Freunde. Serious Leute. Ich hab dir gesagt, dass du calmest! Du hast ihn und schraubst! Ich bin calm. Er versucht uns zu töten. Er hat deine Freundin verholt. Was erwartet? Ich gebe ihm ein Massage? Sch... 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 When I was in the army, we were going on the mission. To ambush a squad that killed a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us. All boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. Twelve people died. Three escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them leaves here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago. And you don't care whose life you ruin anyway. No. Well what? I don't know. I just want to know why they did it. Right now I don't think you're going to find out. Let's hide the body at least for a while. Put him in the river. You killed Faustin is going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Man, Roman, du hättest ihm schon noch helfen können. So. Den sind wir los. Den sehen wir nie wieder. Ein Traum. Endlich ist er weg. Der Sack. Ich kann versuchen Roman anzurufen. Das ist ja toll. Aber ich habe noch eine Lil' Jacob Mission. Also brauche ich ihn jetzt erstmal nicht anrufen. Das und noch vieles mehr machen wir im nächsten Video. Von Let's Play GTA 4. Bis dann.